recht herzlich willkommen zur 195 folge von city skylines ja das haben wir gemacht hier unten irgendwo das wohngebiet arrangiert hier war es naja und da haben wir hier noch büroräume gemacht die jetzt aber nicht wachsen wie man sieht möchte sich doch keiner für interessieren ok dann ist das halt nicht so übrigens der grüne balken sinkt der blaue auch geht also blau wäre hier noch eine mitte auch ein geschäft ist gekommen convention shop ok ja sieht ganz schick hier aus oder was macht der springbrunnen laden der blubberts macht unser selbst erstellter park hier wenn auch cool wenn da noch einer drauf rumlaufen würde auf den spielgeräten oder so ne da ist nichts zu sehen hier passiert auch nix alles klar ist also nicht ja autos fahren gut was machen wir dann wir wollten hier unten irgendwo weiter wo sind wir denn also hier waren wir bei was man das normal moment der einzige gebäude das haben wir gemacht ja so dort ist das auch noch ein einziger chip das will ich gar nicht haben denkt ja gar nicht das haben wir schon alles gemacht wohl hier gibt es noch ein park einer shopping statu wo befindet sich denn hier der meiste kommerz im endeffekt eigentlich hier in der innenstadt aber da gibt es keine shopping statu die wir ja noch hinstellen können oder obwohl da gibt es freiflächen tatsächlich was mit der da können wir da ein shopping center hinbacken da muss was weichen das will ich aber dann nicht da auch ja nee das funktioniert dann leider nicht etwas abreißen muss dann machen wir das nicht das doof müssen wir finden andere stelle wo noch shopping möglichkeiten sind hier ist noch ein ganzes viertel hier könnte es vielleicht hingehen irgendwo gucken oder mal gerade noch mal müsste es doch zu groß hier aus da geht es ohne abreißen da geht es ohne abreißen ja dann gibt es das doch da freuen die sich doch alle sind wir noch hier was das für ein schickes einkaufszentrum schickes einkaufszentrum groß ist das so groß ist das ok ein schicks einkaufszentrum oder tier 1 nix vielleicht hier unten da können wir noch mal gucken zu noch freie stellen war schon alles gebaut wieder dann müsste das ja vielleicht hier hin oder in die ecke da kann man mal gucken weil das schicke einkaufszentrum hinkriegen das müsste doch hier bestimmt ihn gehen tatsächlich nicht doch da kann man es auch schon gebaut freuen die sich alle drumherum so ne da müssen wir noch weiter gucken müssen nicht aber wir machen es jetzt haben wir hier noch großbibliothek lesen ach guck mal unten observatorium gibt es auch noch und das erste ist auch noch so ein toller bogen geschäftspark büroarbeiter gerne hin büroarbeiter gehen da gerne hin wenn die haben wir hier alle das würde bedeuten ach schade ist zu groß wo immer den büros dass die frage dann noch hier sind büros ist klar wir werden auch noch büros da werden büros und da gibt es auch büros in den bogen nicht mehr ja hier gibt es auch ganz viele büros müsste man gucken dass man hier noch was hinkriegt dann müsste man hier einbauen aber das geht hier gar nicht reinzubauen ja bei den büros geht das nicht dann war auch schon unseren büros durch wahrscheinlich da sind büros da hier am meisten eigentlich aber da geht gar nichts dann da musste sie dann abreißen damit sie hinpassen ist auch doof das wollen wir dann auch nicht hier sind auch noch büros aber da kannst du nicht hin bauen oder also kannst du schon hier rein am besten wenn wir da jetzt eine straße hin machen wird das funktionieren da müsste man ein haus abreißen dann machen wir mal oder dann schnell dieses monument dahin da geht es hin schade dass es da nicht so hingeht und passt ja läuft die frage ob das richtig war großbibliothek ja da brauchen wir ein paar lese raten oder den dingen ziehen und die daneben das wäre aber die haben eine eigene bibliothek ne ja großbibliothek hier auch nicht wirklich großbibliothek hier ist noch viel platzene könnte man da einbauen aber die ist wirklich groß ne das observatorium müsste mehr ländlich liegen eigentlich damit man mehr sehen kann sonst lichtsmog gibt es noch flächen hier hinten da gibt es noch viel platz für eine großbibliothek oder da geht sie leider nicht hin da schon statt ende funktioniert da nicht funktioniert aber hier vielleicht ne und wer wohnt da so kommerz und ja auch bewohner ne machen wir doch oder zack alle glücklich hier hinten ne jetzt haben wir noch dieses observatorium das müsste ja eigentlich hier oben auf dem berg mit drauf ne wo ist denn der berg hier ist da irgendwo platz glaubt nicht ne tja tja und sie ist auch riesengroß ne klingt auch nicht grün auf hier wäre es grün ich würde sie anbauen ne machen wir mal freuen die sich oder was haben wir hier noch der hohen zinsen die müssten mitten ins zentrum ne zack einer mal noch hatte das wohlstandes machen wir ja ja hier müsste es eigentlich hin ne hier wohnt doch bestimmter wohlstand oder machen wir das so ja ein paar werden sie nicht freuen weil wir die noch im häuser abreißen ne wohnen denn da zack die freuen sich alle ne modern art museum modern art könnte man hier mal irgendwo hinsetzen vielleicht ja wir müssten auch noch ein paar aktivieren sehe ich gerade so bei ne hier in den agrarländern ne genau da ist wohl die industrie ne hier haben wir die bibliothek schon eingesetzt gehabt geht die hier irgendwo hin ich glaube hier geht das nicht hin was sind das für ein turm hier Meer und wolkenkratzer ach guck mal den machen wir doch hier hin eigentlich hier so ja das eine haus muss halt dran glauben liegt aber daran dass wir hier auch das meer in der nähe haben deswegen ne so jetzt fehlt uns nur der palast hier ist nix was sind das da für gebäude eigentlich industrie ok oh denn art könnte man natürlich hier auch wohin setzen einfach ne passt aber da nicht hin ach so das ist ein bahnanschluss keine straße ach so das ist ein bahnanschluss keine straße die weggerissen war hier nicht mal eine straße ich glaube wir weggerissen ne ok ja hier geht es hin ne obwohl da dieser bogen schon ist ja komm zack glücklich und zufrieden und dann sind wir mit monumenten durch oder einzigartige gebäude sind es ja monumente waren da ne parks und plätze da könnte man auch noch zicht bauen ja haben wir dann schon mal was weiter gemacht aber ne was haben wir denn hier noch da sind die monumente ok kernfusionskraftwerk ok wissenschaft ist natürlich gut ne hier ist nicht so glatt wahrscheinlich ist dann doch zu groß ja gut lassen wir aber erstmal sein weil wir müssen auch hier ein bisschen jetzt obwohl 32.000 ist wieder gestiegen da sind noch mehr leute dann zu glücklich und zufrieden aber naja ist dann erstmal so was gucken wir hier stern äh ne sterne äh siedlungsraum wird benötigt ja das ist ja noch hier wenn möglich da ist auch tatsächlich schon das erste bürogebäude gekommen da kommen dann noch ein paar Sitzeln und hier auch läuft oder ist schon fast alles dicht hier ne machen wir hier noch weiter und der rest machen wir dann vielleicht noch ein paar bürogebäude aber momentan sind die nicht verlangt oder hier dingens kommerz da kommen wir noch kommerz der wollte auch noch jetzt ist der kommerz weg alles klar dann fehlen uns jetzt nur noch wohnflächen dafür müssen wir eine straße bauen dann hier hinten können wir noch ein bisschen was ergänzen eigentlich ne dann sind hier die gebäude mit den äh die straße mit den schönen häusern hier ne hm sind alle Sackgassen komisch warum ist das so da muss man nix abreißen ne da wenn man dieser einrastpunkt wäre schon oh guck mal das geht so dann müsste ich schon wieder einen wegreißen da auch da muss man dann auch einen wegreißen hm das ist auch doof so 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 und hier passt alles nicht ne doch da wird es passen und da würde dann wieder ein Haus wegfallen aber das ist halt so machen wir gerade so sieht hier ein bisschen komisch aus das ist aber so gut und dann ist noch wohnraum gefragt ne das war jetzt verkehrt so jetzt gibt es ja auch wohnraum da weiß ich noch nicht und da müssen wir mal gucken ob wir dann noch weiterbauen vielleicht den weiteren Weg jo gut dann haben wir erstmal wieder mal ein Stückchen geschafft Geld wird mehr 31 haben wir 2,6 Millionen eben waren es 2,8 Euro ein paar teure Gebäude gebaut hier stehen noch Industrien leer da muss man mal gucken wahrscheinlich der Abplatz an Arbeitern oder so hier müssen wir schauen mit unserer Mülldeponie das müssen wir vielleicht nächstes mal wieder durchgucken äh was wir da machen müssen hier geht auf jeden Fall wieder einer zu lernen und ja der Rest ist klar ja blinkt noch wunderbar da müssen wir schauen was wir da noch machen müssen mit der Müllgeschichte zum Beispiel ob da äh irgendwelche Leute vielleicht nicht wegkommen wie wir hier sehen das sieht ganz nah aus ja ach die kommen da von der Bahn runter ok hohes Verkehrsaufkommen hier und wo geht die Bahn hin gar nirgendwo mehr ne die gingen mal irgendwo hin ne die biegen alle rechts ab diese Straße ist ja eigentlich auch schon Blödsinn weil da fährt ja keiner mehr rum ne ah die Autobahn ging mal da lang ne ach doch da fahren tatsächlich welche rüber mhm müsste man mal gucken wie man das weitermacht vielleicht die Autobahn wieder verlängern oder was es auch immer für eine Straße ist ist glaub ne Autobahn ne ja ja müssen wir nächstes mal schauen machen wir jetzt nicht ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann